Hallo zusammen, heute ist der 26.01. Zeit für ein neues News-Update. Die größte News wird wohl Evil Genius sein, das zwei Tage nach dem letzten News-Update gekommen ist. Das war auch recht unerwartet. Ich wurde halt darauf aufmerksam gemacht, hab das Spiel noch geschenkt bekommen, vielen Dank nochmal dafür, und dann sofort am selben Abend noch davon Folgen aufgenommen und auch gleich hochgeladen. Also das war absolut spontan, aber es hat irre Spaß gemacht und macht auch immer noch irre Spaß. Und es scheint auch bei euch sehr gut anzukommen. Zumal es viele auch gar nicht kannten und es ist echt eine Perle unter diesem Bereich. Also ähnlich wie Theme Hospital zum Beispiel. Aber das muss noch warten. Ja, es haben schon recht viele Leute gefragt, aber nein, ich hab momentan leider keine Zeit dazu. Motiviert wehe ich allerdings dazu, weil gerade diese Art von Spiel macht mir momentan recht viel Spaß. Aber ja, Evil Genius, irregeil, kommt gut an, kann weiterlaufen. Und ist momentan auch quasi zu meinem Hauptprojekt geworden. Auch wenn ich von dieser Titulierung langsam wegkomme. Ich versuche halt die laufenden Projekte einigermaßen gleichwertig laufen zu lassen und achte auch darauf, wenn ich sehe, oh, in dem Projekt war die letzten vier Tage gar nichts, dass ich dann, sobald ich die Möglichkeit habe, was ja nicht immer der Fall ist, dazu dann neue Videos aufzunehmen. Dass es einigermaßen regelmäßig zu allen Videos kommen. Ja, das nächste News wäre das Forum. Das hatte ich ja im letzten News Update schon erwähnt. Aber inzwischen, in diesen zweieinhalb Wochen oder so, die es jetzt her ist, sind wir schon an die, lassen mich auf den zweiten Monitor schielen, 750 Beiträge gekommen und 76 Mitglieder. Also ja, es ist ziemlich aktiv geworden und ich hoffe, das wird auch weiter noch so wachsen. Obwohl es gar nicht mal so schnell wachsen sollte, denn es ist momentan ziemlich gemütlich. Also wir diskutieren da fleißig vor uns hin, besprechen etwaige Projekte und Neuerungen, die man einfügen könnte, basteln auch am Forum selbst noch recht viel rum, weil es ist halt relativ neu. Okay, und ich kannte mich mit vor und vor gar nicht aus. Der nette Admin natürlich schon, aber er hat auch nicht so viel Zeit. Also ja, da wird noch fleißig gebastelt und das macht auch Spaß soweit. Es gibt doch das vor- und interne Let's Mod Morrowind Projekt. Also das ist eine Videoreihe von mir, die ich nicht auf den Kanal stellen möchte, weil sie zum einen recht trocken ist und ich nicht unbedingt den Kanal damit vollmüllen will. Vollmüllen in Anführungszeichen natürlich. Denn es sind jetzt schon recht viele Projekte und wenn ich dann noch ein Projekt mit reinwürfel, weil das eh nicht von so vielen verfolgt werden würde, hilft das nicht unbedingt der Übersichtshalber. Aber falls euch Morrowind interessiert und Modden allgemein, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Also, das waren die bisherigen News. Also, die Evil Genius Geschichte, das Forum, ah ja genau, Dwarf Fortress. Das Dwarf Fortress Let's Play Schräg Schräg Tutorial habe ich inzwischen umbenannt in das Dwarf Fortress Let's Play. Und ich bin auch gerade dabei, die ganzen Beschreibungen abzuändern, denn es ist nicht mehr wirklich ein Tutorial. Die ersten 10, 20, 50 Folgen vielleicht noch waren ein Tutorial oder zumindest ähnlich ausgelegt, dass ich halt Schritt für Schritt alles erklärt habe. Aber danach glättete das immer mehr zu einem Let's Play ab. Was nicht unbedingt schlimm ist und ich erkläre immer noch nebenbei Sachen, aber es ist halt nicht so fokussiert wie ein richtiges Tutorial. Und das würde ich gerne demnächst ändern. Das heißt, es wird ein richtiges Tutorial geben, das aus ganz vielen kleineren Videos besteht und auch nicht so kleinen, die aber alle keinen linearen Zusammenhang haben. Also, man kann jedes Video jederzeit zu einem bestimmten Thema gucken und man verpasst bei den anderen nichts. Das heißt, es wird recht viel redundantes Material dabei sein, weil die Themen sich halt überlappen. Aber das wird man dann in Kauf nehmen müssen. Der Gedanke dahinter ist auch, dass man diese Videos einfach gucken kann, wenn man gerade zu einem bestimmten Thema Informationen braucht. Aber auch, dass man es in einem entweiigen deutschen Wiki einfügen könnte, wenn es dann irgendwann kommt. Und wenn es nicht kommt, mache ich einfach irgendwann eins, wenn ich dann die Zeit dafür habe. Das Thema war schon ein paar Mal bei mir auf dem Tisch, weil ich von mehreren Seiten dazu angesprochen wurde. Aber momentan habe ich einfach nicht die Zeit dazu, weil ich zu viele Projekte auf dem Kanal habe, zu viele andere Sachen in Real Life. Unter anderem auch die Firmengründung. Und da habe ich nicht so die Zeit, das Wiki aufzubauen. Wäre aber auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Projekt in der Zukunft. Also, Torforges Let's Play läuft jetzt soweit weiter. Ein Tutorial wird dazu noch kommen, wobei ich nicht weiß, wann, wie schnell, wie viel und was auch immer. Da mir also keinen Strick drehen, wenn nicht morgen sofort 50 Folgen von da sind. Ja, und das müsste es eigentlich auch schon wieder in den News gewesen sein. Und wir sehen uns bald wieder. Und wir sehen uns bald wieder.